was geht ab leute und herzlich willkommen zu einem neuen kreuzworträtsel video ich benutze jetzt eine andere kreuzworträtsel seite ich hoffe ich komme mit der klar wie gesagt leute warum weil meine weh tasse ja immer noch kaputt ist die wird auch nicht mehr heil die bleibt kaputt nur mal so trotzdem ich habe eine neue seite weil mit der alten seite kreuzworträtsel 50.net oder so heißt irgendwie mit der komme ich aber nicht klar das ding ist halt dass die fragen teilweise einfach zu schwer sind wenn man weiß halt weil halt zum einen begriffe benutzt werden die 100 jahre alt sind und nicht mehr im normalen sprachgebrauch so sind oder auch begriffe einer kommende anderen sprache deshalb habe ich jetzt hier ein neues kreuz gemacht und mal also neues kreuz habe ich jetzt mal sehen ob ich damit besser zurecht komme so deshalb gleich schon mal legen wir direkt los lieferant für wolle fleisch und milch müsste der bauer sein keine ahnung nachströmung weiß ich nicht ehrlich sagt ausruf der überraschung ich weiß nicht wie erkennt man dort ob etwas richtig oder falsch ist ich mal kurz man erkennt es nicht okay andersrum duo so erkennt man das dann ist das vielleicht ausruf der ausruf der überraschung als er hat okay ein also lieferant für wolle fleisch und milch ist das ist doch eigentlich der bauer eigentlich ist es der bauer dann habe ich direkt schon keine ahnung auf geld dateiendung für plattform unabhängige dokumente adobe keine ahnung pdf und es ist auch noch richtig ja cool kundenorganisation keine ahnung indische büffel art keine ahnung kfz kennzeichen die pols keine ahnung dh richtig dillingen an der donau d i l d l i d l n d l m warum n d l g d l g natürlich name einer handelskette name einer handelskette also ein laden lidl 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 lohnt sich sagen sie immer stadtteil von new york stadtteil von new york das könnte oder keine ahnung stadtteil von new york schwierig warum ja weil das ist zum beispiel manhattan ist ein ist auch ein teil aber es hat ja auch weitere stadtteile ne also manhattan ist ein stadtteil von new york city genauso wie brooklyn queens und staten island und so okay jetzt hat aber zum beispiel manhattan selbst noch stadtteile bestes beispiel zum beispiel ist das das world trade center zum beispiel steht in lower manhattan oder aber ich glaube lower da gibt es aber glaube ich auch noch äh glaube ich chinatown und so weiter also keine ahnung gerade stefan rab chemisches symbol von silizium keine ahnung sz nee ja aber was soll ich sowas wissen wieder stadt an der aare keine ahnung bern nee dann ist es wahrscheinlich bonn nee auch nicht keine ahnung ich hab keine ahnung zeichen für seemeile sm sm generalfeldmarschall wüstenfuchs ich kenn mich nicht aus mit militär fassungsvermögen weiß ich auch nicht unordentlicher mensch k-o-t-s k-o-t-s stadt anfang an her sagt mir immer noch nicht die indische büffelarts niederschlag in form von eiskristall Hageln Eigentlich, ja, ne Aber, ja, Hagel Wie, okay, wie schreibt man Okay Hier ist es übrigens so Hier kann ich vorgeben, aber mach ich jetzt nicht Kopfbedeckung Im Orient Äh Ist das eigentlich, glaub ich, der Burka Oder der Hijab oder so Da das aber alles so lang ist, hab ich keine Ahnung Aufgeld Handwärmer Hä Mixtur Englischer Käse aus Somerset Abkürzung Firma FM FA H Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft Keine Ahnung I N G N N E R G N A E G Das ist die A E G Ja, davon hab ich schon mal gehört Okay, die indische Büffelart E O O Scooby-Doo Voll übersehen Voll übersehen S-Utensilien S-Utensilien Mit Chie Was haben wir denn hier so, da haben wir Ein Teller? Ne, also, ne, ich seh grad auf als Als, 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 ein Teller Ein, ähm, eine Schüssel Ich hab grad keine Ahnung Ja, die Ähm Ja, statt an der A Hab ich immer noch Keine Ahnung Behälter für heißes Getränk Feta Nein, also hier F Also F Nix T A Und dann noch hinten Dreimal Busch Ah, ne, keine Ahnung Chemisches Symbol von Krypton Keine Ahnung K.P K.T Junge, ich hab doch keine Ahnung Von Superman Sorry an alle Superman-Fans Ist nicht böse gemeint Was ist Ja, was ist das Lieferant von Wolle, Fleisch und Milch Ja, ich isse der Bauer Eigentlich isse es der Bauer Aber wenn's da der Bauer ist Wer denn dann? Wer isse es denn dann? Wenn's der Wenn's der Bauer nicht isst Wer liefert dann Wolle, Fleisch und Milch Weil Hä, guck mal Der Bauer, der hat Schafe So hat der Die Wolle Das Okay Bei Fleisch Bin ich mir teilweise unsicher Okay, wenn er jetzt vielleicht Tatsächlich selber schlachten tut Oder so In den meisten Fällen Aber ich mach das nicht Und Milch Macht aber auch der Bauer Was ist denn sonst? Das muss wahrscheinlich Wahrscheinlich Jemand Modernes sein Und somit hab ich absolut keine Ahnung Ähm Immer noch das Was ist das Aufgeld? Komm Bono Boni Und so weiter Ja, keine Ahnung Es ist kein Lohn Es ist auch kein Netto Es Was gibt's denn sonst noch? Keine Ahnung Okay, was ist das? Ein Handwärmer Immer noch Weiß ich alles nicht Komm Ähm Hier Ja, ich geb's Erstmal Ich mach's erstmal so Okay Ja klar Ich möchte jetzt nicht Hier verschwenden Der Stadt Der Stadt Der von New York Hm Aal Aal Also somit ist es Auf jeden Fall schon mal Nicht Einer der Ähm Dieser großen Bezirke Nee Also wirklich ein Stadtteil Also Einer dieser kleinen Unterbezirke Ich hab keine Ahnung Niederschlag In Form von Eiskristallen Oh Schnee Hal Gibt es da noch Der heißt Harlem? Ha Harlem Okay Om Komm Da würde Nein Was machst du Hier Sommer Sommer Passt nicht rein Dann hab ich keine Ahnung Dann hab ich echt keine Ahnung S-Utensilien S-Ski Mit Jetzt ist da ein S S Oh Es geht um das Gesamte Das ist der Begriff Es ist Gesche- Pfff 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 Gescheit Gescheit So nenne ich Dieses Video Hier Gescheit Okay, auf Geld. Nee, jetzt G O Nee, immer noch nicht. Rommel. 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 Okay, dann ist das die P.K.O. Ist nicht die P.K.O. Ja, aber Hä? Keine Ahnung. Hä? A? K. P.K.K. Und dann hier K.O. K.I. K.P. Egal, ich habe ja noch das hier. Oh, es ist, es ist der Cheddar. Der Cheddar kommt aus England? Hey, okay, ich kenne mich nicht mit Käse aus, hallo? Das H stimmt schon mal. I. I. U. H. H. B. N. Ja, eigentlich A. O. Hatte ich das vorhin? Okay, keine Ahnung. Lief, äh, Kielieferern für Wolle, Fleisch und Milch. Ist ein C drin? Und was ist eine Nachströmung? Nachströmung. Sagt mir nichts. So. Nein! Ich weiß, was die Kopfbedeckung ist im Orient. Es... Ja, klar. Das Ding ist, heutzutage ist es... Wenn man heutzutage so an eine Kopfbedeckung im Orient, also hier so im... So in dem... Das Orient hier, Arabien und so denkt, ne? Da denkt man an einen Burka oder einen Hijab oder so. Aber, nein, natürlich nicht. Oh, Mann. Okay, ich mach jetzt... Ich denke, ich werde jetzt mal etwas sagen. Die meisten werden es eh nicht kennen, aber da gibt es eine Kinderserie auf dem Disney Channel, die heißt Gravity Falls. Und einer der Charaktere trägt eigentlich dauerhaft, oder zumindest sehr oft, diesen Hut. Der Stan Pines. Der trägt nämlich die ganze Zeit einen Fes. Will er mich verarschen? Fes? Weil man so schreibt. Okay. Ich dachte, man schreibt mit einem Z. Okay, Fes. F-E-S. Okay, auf jeden Fall der Fes. Der Fes, ne? Genau. Mixtur. Hm. Ne Mixtur. E. S-C-H. Was ist ein Handwärmer? U-F-F. Komm, ich schreibe etwas rein, dass ich die aussprechen darf. Und es ist... Falsch. Fuf. M-Muff. Muff. Okay, und das Mixtur ist einfach das Gemisch. Ja, super. Und die Nachströmung ist aber wahrscheinlich der Sog. Warte mal. Nee. 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 Das... Ich glaub, jetzt werd ich verrückt. Nee. Warum? Lieferant für Wolle, Fleisch und Milch. Ich hab an sowas gedacht wie der Bauer. Ne? Weil der... Guck mal. Der Bauer, der hat mal Wolle. Der hat den Schaf. Ne? Das macht ihm die Wolle. Das Fleisch hat er vielleicht vom Schwein. Oder vielleicht auch von der Kuh. Ne? Wenn sie vielleicht... Oder so weiter, ne? Oder vielleicht sogar vom... Vielleicht sogar vom Huhn. Ganz selten mal. Keine Ahnung. Er hat da Tiere. So, und Milch? Dafür hat er die Kuh. So. Ich hab aber da... Dann dachte ich, okay, vielleicht etwas Modernes, ne? Vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Lieferunternehmen oder so weiter, ne? Nee. Weil es nichts Menschliches ist. Wer hat Wolle? Wer isst aus Fleisch? Und wer geht anscheinend Milch? Ganz einfach. Das Schaf. Super. Es ist alles weg. Aber ihr könnt euch jetzt an diesem... Enten... Bild... Erfreuen. Und damit war's das mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Geschitt gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne den... Einen... Daumen nach oben lassen. Und vor allem... Gebt mir in der Kommentarleiste ein Feedback. Ich bin raus. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung, was ich mache. Aber auf jeden Fall... Bis zum nächsten Mal.